Sie haben aber keine Angst vor der Kamera, ne? Es kommt drauf an, also wenn das schon im Netz ist. Das ist in YouTube, aber da sprechen nur alle Russisch. Ein paar Deutsche gucken uns doch zu, die wohnen da in Dortmund und so weiter. Здравствуйте, meine Herren, guten Tag. Ich würde jetzt erzählen, Reaktion von den Menschen, weil ich habe gesagt, nächste Werbung mache ich nur so, dass man mich nicht erkennt. Ich habe das richtig verstanden, Alte Kirche, Kappelle, Dardrünesnere Restaurant. Wie ist das? Das heißt, открыt ресторан в бывшей церкви, ich tak das понимаю, находится hier, w Harzach. Ich habe schon gesagt, es ist ein райon dünn. Ja, Oberharz. Ja, klar, Oberharz. Ja, Oberharz. Sankt Andreasberg. Sankt Andreasberg. Sankt Andreasberg. wir haben doch auch diese kreiderfarben geschichte man kann das auch so machen das habe ich eben gerade gesagt dass bevor ich sie bedienen irgendwas hier empfehle ich muss erst einen blick werfen wie das allgemein aussieht weil wenn das eine ehemalige kirche ist oder kapelle dann man darf das nicht das darf man nicht machen deswegen wir werden dorthin fahren werden umgebung filmen diese restaurant von innen und dann mal gucken vielleicht sogar kreiderfarben konnten wir da anwenden irgendwo weil rustikal ist nicht immer alt schauen wir mal läuft das jetzt noch das läuft warum haben menschen angst von der kamera das verstehe ich sogar meine familie ich habe nur liebe zuschauer ich sage immer dass wenn ich zeige wie ich möbel restauriere oder dekoriere oder ich bin irgendwo unterwegs ich habe zum glück nur publikum die intelligent ist ja das ist ja beneidenswert aber die menschen sind eben nicht alle gut das ist doch egal wenn man in öffentlichkeit geht man muss mit allem rechnen ich habe gesagt aber in mir schaut intelligenten um meine подписчики потому что gluppe in меня смотреть просто nie могут почему люди bei der kamer почему warum haben sie sorgen dass sie jemanden schaut warum sie sind doch sowieso nicht in der nähe man ist halt vorsichtig deutschland ist ja ein bisschen da ein paar städte aber diese youtube kanal war von anfang an gedacht nur auf russisch weil auf deutsch habe ich gehabt andere social medias und das ist ja irgendwie langweilig mein weil man arbeitet viel daran man kriegt kein rückmeldung und das fand ich schade es ist natürlich so eine mode heutzutage instagram tik tok was was ich weiß selbstverständlich und vielleicht ein bisschen zu viel eine überprachtung mit informationen jedenfalls ist das geschäft hier wunderbar und sie sind eine wunderbare frau jetzt machen sie das mal aus magasin was wunderbar und wunderbar sie ich habe gesagt ich nehme gleich meine besen und fliegericht und dann muss nämlich weiter muss kind aus kita abholen weil kita macht nur bis 15 oder 16 uhr das ist ja super praktisch diese arbeitszeiten muss man hier halt schließen um zwei es egal sie schreiben mir bitte per whatsapp die adresse ich würde irgendwann nach woche zwei wochen drei wochen schauen weil bei uns ganze wochenende sind immer mit youtube ausgeplant wir sind mal in stralsund mal in kiev also ich versuche immer so viel wie es möglich zu zeigen hier in gosla ich glaube meine zuschauer die kennen gosla schon auswendig marktplatz und alles dann vielleicht mal lieber kiev oder moskau vielleicht moskau war ich letztes mal als kind kann mich gar nicht und lockt mich irgendwie auch nicht nur die menschen die da wohnen wenn ich sehen kann paris das ist mein zweiter heimat ohne korona war und fast fast immer brüssel auch in brüssel war ich fast immer in brüssel war ich fast wieder wohnen jetzt wird die geografie haben wir uns geografie geht aus stralsund aus stralsund aus stralsund aus kievo говорит а как же этот чем сказал москва в москве была последний раз ребенком но есть там люди которых очень хочу увидеть а венедикт это как это господи венедикта уфрусишь венеция венеция а париж я верну париж мы там себя чувствуем как дома брюсс или у меня родственники живут там я раньше было каждые выходные но с youtube он еще не было поэтому все вышеперечисленная там мы с вами будем тоже я сказала что я ему напишу через две недели три недели вот так вот где-то примерно и посмотрю когда мы поедем sand andreasberg покажу вам заодно другой ведьминский городок и посмотрим вместе с вами как это когда в церкви открывает ресторан это не мой ресторан поэтому не вздумайте там писать всякие эти вещи но такое здесь бывает и finden sie das eigentlich das in кирке с пирожным пациентом как ресторан 돼 ага это сегодня непросто 5 раз в армии друзья в школе сегодня, в окраине и в». Das heißt also, die Hemmschwelle sinkt, für Menschen in einer Kirche zu essen oder Alkohol zu trinken, was früher sicherlich nicht so einfach war. Und in Spanien oder in Italien wäre das sicherlich auch schwieriger. 36 Jahre назад, das war einer der ersten Restaurants auf dieser Territory, auf dieser Territory, in denen in закрыten Zirken wurden, nach irgendwelchen anderen Städten, weil ich ihm die Frage gestellt habe, wie Sie sich selbst an dieser Stelle hinweisen? Das war der Antwort. Wie hoch sind Sie da? 5 Meter? 6 Meter? Ich sage immer, das ist die Seele von meinem Laden. Kroneleuchter. Genau, wir haben auch Kroneleuchter, aber andere. Wir haben 5 oder 6 Kroneleuchter. Mit Messing? Nein, so ein bisschen auf altgemacht, Eisen, aber auch, doch auch Messing, doch haben wir auch. 5, 6 Meter высота потолков. Die Wände sind die bemalt, oder? Nein. Sieht man wirklich, dass das nicht Kirche war? Ja, von außen? Ja, selbstverständlich, mit Glockenturm. Aber ohne Friedhof, bitte. Wie gehört nicht dazu? Ich finde, immer noch schönste Garten, wenn es das nicht vorgarten ist. Nein, kein Friedhof. Ja. Okay. Schicken Sie mir einen Link mit der Adresse. Mach ich gerne. Und wenn ich weiß, dass ich ein bisschen mehr Luft habe, komme ich auf jeden Fall vorbei mit meiner Follower. Und dieser Dame wünsche ich ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Все, мне всего самого хорошего на желали. Я с вами прощаюсь, потому что у меня уже метла горит. Мне нужно лететь. Мне нужно убегать, потому что меня просто оштрафуют. Задам ему последний вопрос. Намучила его здесь на YouTube. Waren Sie schon mal in Russland oder Ukraine? Waren Sie nicht? Nur Polen. Nur Polen. Gut, Polen ist aber ein bisschen anders. Ja, ja, ich weiß. Vom Essenverhältnis gibt es da was ähnliches, ne? Aber Polen, okay. Leider nicht Ukraine. Ukraine ist sehr schön. Sehr schön. Man hat da ganz viele Kirchen. mit viel Gold. Das sind die alten Kirchen. Man hat da natürlich... Orthodox. Ja, man hat da natürlich auch... Ich sage so Kiew heute. Das ist auch so wie New York. Ja, ja, toll. Denkmalschutz auch ganz viel. Letztes Mal war ich dort. Ich habe ein Lokal besucht, was total untypisch für die Ukraine. Das war eine Hexenbar. Das, was für uns hier ganz normal ist. Ja, Harzer Verhältnisse. Ja, das ist ja ein Einzicht. Ich sage ihm, dass ich jetzt sage, ich sage, dass ihr eigentlich schon seid, dass ihr in Russland, in Ukraine, nicht nur in Polen ist. Das ist typisch für die Niemöse. Weil Polen auch noch zu diesem post-Sovietischen странen. Ich sage, dass wenn ihr heute schauen, dass ihr da heute sehen könnt, wenn ihr da früher gewesen bist, dann sind wir da in New York. Da gibt es alles. Da gibt es alte Stadt, da gibt es moderne Stadt. Und sogar gibt ein Wegmans-Bar. Das ist das für uns hier völlig normal. Weil bei uns in jedem Bar steht eine Wege. понимаете? San Andreas Berg, wie groß ist das? Sind da die Berge zu sehen? Ist das so richtig? Selbstverständlich, selbstverständlich. Manchmal liegt ja auch Schnee, dann kann man Ski und Snowboard fahren. Aber im Moment leider regnet es nur. Schöner Ort, schöne Gegend. Südlicher Oberharz. Einzugsgebiet Göttingen, Braunschweig, Hannover. Perfekt. Вы знаете, там у них также горнолыжный курорт, но сейчас идет снег. Господи, не снег, дождь. Dождь идет, но, в принципе, он говорит, это небольшое, это все вот. Ну, мы до этого уже общались, уютное все. Ну, хорошо, поедем YouTube-каналом смотреть, как мы там будем церковь декорировать в ресторан. Всех целую, всех обнимаю. Пока. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich muss weiterfliegen. Auf.